Herzlich willkommen zu Folge 101 von Assassin's Creed Origins. Ich bin wieder ein Simon, es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Wir sind auf unserem Weg. Die Mission ausgewählt, genau. Richtung unserem Ziel in Krogulil. Wir leihen uns hier mal ein Pferd. Was haben wir denn hier? Ich glaube, wir greifen mal so ein Schiff an. Können wir mal interessant werden. Der Vogel ist weg. Der hing am Netz, am Netz eigentlich schon an so einem Segel fest. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich das jemals getan habe, so ein Schiff anzugreifen. Ich scheine schnell genug. Oh shit, jetzt kriege ich mehr. Moment, warte. Da war doch was. Moment, warte. Deine Arm. Warte mal. Jetzt habe ich den Schlimmsten nicht getötet. In ihr? Kette, warte mal. Letzter. Also diesen Gegner-Typ, gegen den ich am .. im ganzen .. Kämpfe. Wir lassen.. Ich mache frei. Das ist der Ernst. Ich bin doch befreit. Verstehe ich nicht so ganz. Wir können... Oder sollen wir auf dem Fernkampf Schaden sparen? Nee, komm, wir machen... Wir verbessern das, was wir verbessern können. Hey! Ah, mein Freund. Du hast meinen... Hey, ich bring dich um! Dann nehmen wir wenigstens hier Erfahrung mit dir. Ich werde es nicht verstehen, aber das denke ich nur gut. Können wir unsere Pfeile nehmen? Nehmen wir mal den Rett in der Not. Gut. Jetzt sind wir schon zu spät. Ich glaube, wir sind zu spät. Das tut mir sehr leid. Okay, wir haben leider keine weiteren Schiffe mit Eisenlieferung oder sonst irgendwas, was man braucht. Flüßen weiter mal in die Richtung. Das ist das eine Schiff, glaube ich. Das lassen wir erst mal Schiff sein. Der Tempel hier vorne, da kann ich mir vorstellen, dass da eine Mission hinführt. Zu dem Schiff vielleicht sogar auch, deswegen lassen wir das mal alles. Wir haben aber noch einmal ein Schiff mit Bronze und eins mit Eisen. Die... Da hätte ich durchaus Lust drauf, die noch mitzunehmen. Das wirst du büßen! Kann ich nicht... Krieg's nicht hin vorzuhalten, ey. Können wir den vielleicht ins Wasser rammen oder so? Spring! Raus da! Du bist kein Fisch! Was hast du richtig erkannt? Dass wir kein Fisch sind. 20 Pro nehme ich sehr gerne mit. Schade, dass es scheinbar keine Schiffe gibt, die irgendwie Leder oder sowas transportieren. Sondern nur Eisen und Brosse. Das holen wir uns noch. Ein Eisenschiff. Und dann geht's aber wirklich an Land. Und dann geht's aber wirklich an Land. Wissen Sie so gut, die sind die Bibelchen. Und dann geht's noch nicht. Hör mal! Oh nein! Das war so! Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja nicht so. Also ich sage autorärisch. Die sind dann noch nicht so. Ich habe keine Lust, die Unschuldige zu treffen. Dann werden wir wahrscheinlich wieder die Klinge verbessern hier. Schon mal haben wir unser Ball hartes Leder auch wieder aufgebraucht. Was sollen wir haben? Ich bin jetzt hier gut rum. Ich muss dir leider mal ein Blutchen nehmen. Kann ich den dann in Bord holen? Scheinbar können wir das nicht, schade, sonst hätte ich das getan. Kein Interesse daran, dass die ertrinken. Aber auch verständlich, dass sie jetzt nicht unbedingt mit meinem Boot fahren wollen. Ich bin jetzt ein Blutchen. Ich bin jetzt ein Blutchen. das hatte leder mit das hat doch schon mal halbwegs funktioniert so ich verspreche dir das gleich dein boot wieder sind auf jeden fall hier recht aggressiv die grubus soll es aber gewesen sein dann packen wir hier mal dankeschön ob er ist nicht komplett geschockt jetzt rebellenangriff ich bedanke mich wieder vielen vielen dank dass ihr mit dabei wart bis zum nächsten mal lasst euch gut genau da rein bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal